Musik 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 Ich danke euch vielmals für alles, was ihr bei mir gemacht habt, vielleicht auch negativ gegen mich geschossen habt, ist mir eigentlich relativ egal. Was ich mit dem Bezirken will, mit dem Video und alles, ist einfach, ich lebe meine Kunst, es ist meine Freiheit, wenn ich die Kamera in der Hand habe, dann fühle ich es und wünsche euch alles Gute Gute und frohe Festtag für 2019, rutschend gut, heben Sorg, bis dann!